Am Tegeler Vlies verlassen wir den Mauerverlauf durch Berlin und folgen der Berliner Mauer um West-Berlin zum heutigen Land Brandenburg. Anders als in der Innenstadt war das Grenzsystem gekennzeichnet von einem teilweise extrem großen Vorderland-Sperrgebiet bis zur eigentlichen Stadtgrenze, hier in Blau, und einem, wo es sich anbot, teilweise absurd großen Hinterland-Sperrgebiet, hier in Orange. Der sogenannte Entenschnabel ist ein 40 bis 160 Meter breites und 580 Meter langes Gebiet, das nach Berlin hineinragt. Da der schmale Streifen zur DDR gehörte und bewohnt war, wurde er ummauert. 1952 sperrte die DDR die Oranienburger Chaussee und baute dort die Mauer. Heute ist sie als Bundesstraße 96 wieder befahrbar. Von den ungefähr 170 Kilometern der Berliner Mauer liegen 70 Prozent im heutigen Land Brandenburg. Von der Gesamtfläche des Grenzsystems jedoch 90 Prozent. Während in der Innenstadt ca. 98 Wachtürme standen, waren es an der Umlandgrenze zur damaligen DDR etwa 168. Hier dominierten 1989 noch die älteren BT-11-Wachtürme mit 74 von insgesamt 75 der gesamten Berliner Mauer. Speziell westlich der Stadt existierten seit der Schaffung Großberlins 1920 sehr viele Berliner Exklaven im Brandenburger Umland. Anders als in der Innenstadt erfolgten Gebietsaustausche zwischen West-Berlin und der DDR meist zugunsten der DDR. Diese tauschte in der Regel unbewohnte West-Berliner Exklaven im Umland gegen Areale, die den West-Berliner Gebietskörper abrundeten oder bewohnte Exklaven mit ihm verbanden. Der Frohnauer Friedhof lag bis 1971 teilweise außerhalb von Berlin. West-Berlin erwarb die gesamte Fläche und gemeinerte sie ein. Der heutige Berliner Mauerweg rund um das ehemalige West-Berlin folgt häufig nicht dem tatsächlichen Mauerverlauf, sondern stellt eher einen Radwanderweg dar, der häufig entlang des ehemaligen Todesstreifens verläuft. Wir erreichen nun die ehemalige Grenzübergangsstelle Stolpe. Diese hatte enorme Ausmaße und war in ein, wie man anhand des großen orangen Sperrgebietes erkennen kann, weiträumig abgesichertes Waldgebiet eingebettet. Sie diente seit 1987 dem Transit von West-Berlinern auf der A111 durch die DDR in die Bundesrepublik, nach Polen oder über die Ostsee nach Skandinavien. Heute ist das Areal eine Tank- und Raststelle sowie die Dienststätte Stolpe des Landesbetriebs Straßenwesen Brandenburg. Die Kremner Bahn, die wir gleich passieren, war zwischen 1961 und 95 zwischen Heiligensee und Henningsdorf unterbrochen. Wir erreichen den Niederneuendorfer See und den Oder-Havelkanal. Am 1953 zur Umgehung West-Berlins erbauten Havelkanal lag der Grenzübergang Teufelssee-Kanal-Henningsdorf. Dieser diente dem Wechsel- und Transitverkehr zu Wasser nach West-Berlin. Bis 2008 wurde die Landzunge teilweise entfernt, um Schiffen die Einfahrt zu erleichtern. Der Aushub wurde per Schiff in die Innenstadt transportiert und diente zur Auftriebssicherung beim Abriss des Palastes der Republik. Hier in Blau das Tauschgebiet zur Herstellung einer Verbindung zu den West-Berliner Kleingartenkolonien Fichte-Wiese und Erlengrund. Bis zum Erwerb des Areals durch West-Berlin 1988 war das Baden verboten, da die Havel hier zur DDR gehörte. Zudem mussten die Kleingärten an der Mauer Klingeln und wurden von den Grenztruppen 100 Meter über den Todesstreifen geleitet. Wir erreichen gleich den Lastzinssee. In rot-orange die Exklave Lastzinswiesen, die bis 1988 zu West-Berlin gehörte und in Blau Teile von Schönwalde, die dafür von der DDR zur Begradigung der Grenze an West-Berlin transferiert wurden. Einige Häuser wurden abgerissen und die Betroffenen umgesiedelt. Eiskeller bzw. die Teufelsbruchwiesen am westlichsten Zipfel des Spandauer Forstes waren ein absurd komplexes System aus Berliner und Brandenburger Ex- und Enklaven. Viele West-Berliner Teile waren nur über schmale Wege mit dem Rest verbunden. Diese Situation wurde durch Gebietsaustausche 1971 beseitigt und das Gebiet durch den Erwerb des großen Kienhorst 1988 abgerundet. Links die ehemalige West-Berliner Exklave große Kuhlake im Forst Falkenhagen, die 1971 an die DDR transferiert wurde. Gleich in Lila das 505 Hektar große Gebiet Weststarken. Der Ortsteil Starken im Bezirk Spandau wurde 1945 durch die Alliierten geteilt. Die Sowjetunion war am halb in Brandenburg, halb in Berlin gelegenen Flugplatz Starken interessiert, Großbritannien an den in gleicher Situation befindlichen Flieger Horst Gartow. Daher tauschten die beiden Mächte Gebiete. Hier sehen Sie die ummauerte Fernbahntransitstrecke durch Weststarken nach Hamburg. Mit der Wiedervereinigung wurde es 1990 wieder an Spandau angeschlossen. In Dunkelblau der 1988 an West-Berlin abgetretene westliche Fahrbahnteil des Finken-Kruger-Wegs, Nennhauser-Dams und der Bergstraße. Wir passieren den ehemaligen Grenzübergang Heerstraße. Dieser konnte bis 1982 auch ohne Fahrzeug für den Transit in die Bundesrepublik genutzt werden. Fahrradfahrer mussten die 220 Kilometer lange Strecke jedoch zwischen Sonnenauf und Untergang bewältigt haben. Gleich in Blau der Seeburger Zipfel. Er wurde 1945 im Rahmen des Gartow-Starken-Tauschs nach Berlin eingemeindet, da Klade und Gartow auf dem Landweg nur über zwei Straßen, die durch den bis dahin sowjetischen Zipfel verliefen, erreichbar waren. Eine davon war die heutige B2, die auf Berliner Seite liegend bis zum Großgliniker See die neue Stadtgrenze bildete. Dabei wurde das hier hell-orange Areal Gartows westlich der B2 aus Berlin ausgegliedert. Links sehen Sie in Blau das 375 Hektar große Gebiet des Flugplatzes Gartow, das die Briten 1945 erhielten. Während der Berlin-Blockade 1948 bis 1949 spielte der Militärflugplatz eine wichtige Rolle bei der Versorgung West-Berlins im Rahmen der Luftbrücke. Der Flugbetrieb wurde 1994 eingestellt. Heute befindet sich auf einem Restteil ein Teil des Militärhistorischen Museums der Bundeswehr. Entlang des Großgliniker Sees zog sich der Todesstreifen auf dem Brandenburger Ufer und trennte, wie nachfolgend in der wasserreichen Region um Potsdam noch häufiger der Fall, die anliegenden Häuser vom Wasser. Zur linken befindet sich in Blau das Tauschgebiet Luisenberg-Hottengrund. Das 12 Hektar große Areal wurde 1988 Teil West-Berlins. Fast erreichen wir wieder die Havel. Jedoch gut erkennbar verläuft auch hier die Berliner Mauer an einem großzügigen Sicherheitsabstand zum Gewässer auf Brandenburger bzw. damals DDR-Seite. Die auf der Halbinsel Medehorn gelegene Kleingartenanlage war sogar vollständig ummauert, sodass der Zugang über den Todesstreifen erfolgen musste. Aus Sicherheitsgründen waren nur Stasi und Grenzoffiziere als Kleingärtner zugelassen. Wir passieren die 1844 errichtete Heilandskirche Sakro. Diese war damals durch die Mauer vollständig isoliert und lag im unzugänglichen Vorderlandssperrgebiet. Die Grenzübergangsstelle Nettlitz-Jungfernsee diente der Abfertigung des grenzüberschreitenden Güterverkehrs auf den Binnenwasserstraßen zwischen der Bundesrepublik und West-Berlin sowie der Binnenschiffe der DDR. Hier erfolgte die Kontrolle aller Schiffe, die über den Teltokanal fuhren. Wir erreichen gleich die Glienicker Brücke. Diese trennt Potsdam und Berlin. Sie durfte nur von alliierten Militärs und Diplomaten überquert werden und erlangte Berühmtheit als Agentenbrücke. Der 66 Meter hohe Böttcherberg gehörte zu West-Berlin und war von drei Seiten von der DDR umgeben. Das DDR-Areal um ihn herum war durch Gewässer vom Rest Potsdams getrennt und insgesamt zutrittsbeschränkt. 1961 wurden die Ufer der Grundstücke entlang des Griebnitzsees enteignet und zum Mauerstreifen. Seit 2009 tobt um diese der Uferstreit. Die Anwohner wollen ihre Grundstücke wieder bis ans Wasser nutzen, während die Stadt einen öffentlich nutzbaren Uferweg auf den Privatgrundstücken erhalten möchte. Wir erreichen nun die ehemalige Exklave Steinstücken sowie die früher stark gesicherte Grenzübergangsstelle Griebnitzsee. Sie diente dem Bahntransit von West-Berlin in die Bundesrepublik. Die durch Steinstücken führenden Gleise für Güterverkehr nach West-Berlin waren bis weit ins DDR-Gebiet gesichert. Beim Mauerbau 1961 flüchteten unter anderem mehr als 20 Grenzsoldaten in die Exklave, woraufhin diese eingemauert wurde und nur über den Luftweg erreichbar war. 1972 wurde sie über die hier zu sehende Straße mittels Korridor mit West-Berlin verbunden. Auf der linken Seite sehen Sie das Gebiet Albrechts Teerofen. 1988 wurde der Streifen durch Gebietserwerbung West-Berlins vergrößert. Rechts zu sehen die A 115. Jetzt kreuzen wir eine Schneise, durch die die A 115 bis 1969 über Albrechts Teerofen geführt wurde. Zunächst zurück vorbei an einer weiteren Kontrollstelle für den Schiffstransit auf dem Teltow-Kanal. Links vom ehemaligen Todesstreifen die alte Trasse der A 115. Früher wurde diese hier von der preußischen Stammbahnstrecke nach Magdeburg gekreuzt. Der Todesstreifen verlief hier auf der Trasse der Stammbahn und parallel dazu bis 1969 die A 115. Diese wurde verlegt, um nur noch auf DDR-Territorium zu verlaufen und nicht mehr für 150 Meter durch Albrechts Teerofen bzw. West-Berlin. Seitdem fanden die Kontrollen der DDR an der Grenzübergangstelle Drewitz statt. Der A 115 nach West-Berlin folgend erreichen wir den ehemaligen alliierten Kontrollpunkt Dreilinden, dem sogenannten Checkpoint Bravo. Zurück zum Todesstreifen, der hier weiter der Trasse der preußischen Stammbahnstrecke folgt. Bevor wir auf der Strecke den einzigen jemals von der DDR Reichsbahn in West-Berlin neu gebauten S-Bahnhof erreichen, knickt der Todesstreifen der Stadtgrenze folgend etwas nach Süden. Der S-Bahnhof Zehlendorf-Süd wurde 1972 errichtet und 1980 wieder geschlossen. Der ehemalige Todesstreifen ist hier fast vollständig Grünfläche und verläuft durch den Buschgrabensee und folgt dem Buschgraben bis zur ehemaligen Grenzübergangsstelle Teltokanal. Einer weiteren Stelle, an dem der Schiffsverkehr von und nach West-Berlin durch die DDR kontrolliert wurde. Auch hier wurde das Vorfeld entlang des Kanals bis weit in Brandenburgisches Gebiet gesichert. Der Teltokanal bildet hier bis Lichterfelde die Stadtgrenze. Das Brandenburgische Ufer auf der rechten Seite war früher Todesstreifen auf dem Gebiet der DDR. Der Teltokanal verbindet die Havel bei Potsdam mit der Dame in Ost-Berlin. Er verläuft dabei mal durch West-Berlin, dann Brandenburg, ist Stadtgrenze und durchquert zuletzt den Süden West- und Ost-Berlins. Daher existierten von 1981 bis 1989 mehrere Grenzübergangsstellen für den Schiffstransitverkehr auf dem Kanal. Hier wurde mit Hilfe einer in Japan initiierten Spendenaktion die längste Kirschbaumallee in Berlin und Brandenburg angelegt. Zudem kreuzen wir hier auch die zwischen 1961 und 2006 unterbrochene Fernbahnstrecke der Anhalterbahn und den seit 2005 existierenden Abzweig der S-Bahn nach Teltow Stadt. Rechts zu sehen ist das Gut Ostdorf. Der Ort Ostdorf wurde 1968 im Zuge des Ausbaus der Grenze durch die DDR abgerissen und die 150 Bewohner umgesiedelt. Wir erreichen nun gleich die Bundesstraße 101, an der für 1994 von der DDR die neue Grenzübergangsstelle Groß-Bären-Heinersdorf geplant war. Sie sollte als Autobahnkontrollpunkt für einen geplanten Zubringer von Lichtenrade zur A110 für den Transitverkehr ausgebaut werden. Auch hier ist das großzügige ehemalige Sperrgebiet in Brandenburg gut zu erkennen. Auch die Berlin-Dresdner Eisenbahnstrecke wurde durch den Bau der Berliner Mauer unterbrochen. Seit 1992 verkehrt auf diesem Streckenabschnitt wieder die Berliner S-Bahn zwischen Lichtenrade und Marlow. Nun erreichen wir den kaum bekannten Grenzübergang Lichtenrade an der heutigen Bundesstraße 96. Er wurde 1977 eröffnet und diente ausschließlich der Passage für Müllfahrzeuge aus West-Berlin sowie PKW-Dienstfahrten zur Mülldeponie in Schöneiche. Aufgrund der Devisennot der DDR konnte das in Ausellage befindliche West-Berlin-Müll kostengünstig auf Deponien im DDR-Umland entsorgen. Aufgrund der langen Teilung, der Siedlungsverdichtung in West-Berlin bei gleichzeitiger Sicherung der Grenze in der DDR, ist die Stadtgrenze bis heute gekennzeichnet von einem meist harten Schnitt in der Landschaft. Obwohl 1963 auf West-Berliner Seite eine Umgehungsstrecke der Neukölln-Mittenweider Bahn zur Versorgung des Kraftwerks Rodo gebaut wurde, erwarb West-Berlin 1988 das 22.400 Quadratmeter große Neukölln-Mittenwalder Dreieck, hier in Blau. Auf der Fläche befanden sich von 1973 bis 1977 die Fahrspuren für den Grenzübertritt der Müllfahrzeuge zur von West-Berlin in DDR betriebenen Mülldeponie Groß-Zieten. Wir passieren nun den Standort einer ehemaligen Kläranlage der Stadtentwässerung Berlins und die dazugehörigen Rieselfelder bei Klein-Zieten. Am 86 Meter hohen Trümmerberg und ehemaligen Müllkippe Dörferblick in Rodo folgen wir der Stadtgrenze und dem Todesstreifen weiter Richtung Osten. Bevor wir auf den ehemaligen Schnittpunkt zwischen Ost- und West-Berlin mit Brandenburg treffen, erreichen wir die ehemalige Grenzübergangstelle Waltersdorfer Chaussee an der B179. Sie diente hauptsächlich West-Berlinern und Ausländern zum Transfer zum Flughafen Schönefeld mit einem Shuttlebus, war aber auch zur Einreise von West-Berlinern in die DDR nutzbar. Nachfolgend erreichen wir den Ostteil der Stadt und befinden uns wieder in Berlin. Der nachfolgende Verlauf durch die Stadt wird in einem anderen Video behandelt.